Jo Leute, was geht und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Jungle. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon mein eigenes Haus gebaut und wir nehmen auf jeden Fall unser Schwertchen-Inventar. Hier seht ihr, ist mein eigenes Haus mit einem krassen weißen Boden. Ich muss hier noch auf jeden Fall ein bisschen dekorieren. Hier hat er vergessen, die Blöcke wegzumachen. Und ich muss das hier noch wegmachen, auf jeden Fall dieses Glas hier und das Wasser. Schau mal auf jeden Fall, wie ich das wegmache. Ich gehe mal hier nach unten erstmal. Wow, wie komme ich da jetzt nach unten? Wie komme ich da jetzt nach unten, ist die Frage. Oh nein, ich kann es ja nur kaputt machen, indem ich nach unten komme. Da machen wir es so, Leute. Ich baue mich hier anders, hier nach unten. Wow, was sind diese Sounds schon wieder? Minecraft hat hier manchmal creepy Sounds am Start. So, wir müssen uns kurz nach unten bauen, zum Wasser. So, wir bauen uns einfach kurz mal zum Wasser runter. Wir müssen das auf jeden Fall wegmachen. Okay. Können wir von hier... Nein, wir werden immer nach oben getrieben. Oh nein. Oh nein. Ich sterbe nicht. Oh nein, Leute. Bin lost. Okay, wartet. Okay, jetzt muss ich schnell mal hier das Ganze hier kaputt machen, damit ich wieder Luft kriege. Bin lost. Hä? Okay. Ich sehe gar nichts. Ja, dieses Wasser ist echt ein Problem, ne? Egal, wenigstens habe ich Fackeln noch von ihm. So, wir grauen uns jetzt einfach nach unten. Und irgendwo muss es doch so sein. Ich glaube... Vielleicht noch das Wasser. Ja. Okay, hier ist es. Okay. Hier ist es. Perfekt. Da haben wir es gefunden. So, ich muss auf jeden Fall hier durchkommen. Ich muss mich hier durchbauen. Oh nein. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Den Seelensand weg. Perfekt. So, wir müssen... Oh nein. Jetzt werde ich hier komplett vom Wasser weggetrieben. Wieso ist da... Licht? Hä? Wartet. Wieso ist hier... Eine Fackel? Ähm. Okay. Ich gehe einfach mal diesen Weg hier entlang. Wow. Hier ist Holz. Oh nein. Wir sind in einer Mine. Wow. Wieso... Sind hier so viele Fackeln? Okay. Wieso sind hier... So viele Fackeln? Ich frage den einfach mal. Okay. Die gehen... Alle hier. Okay. Wow. Wohin gehen die Fackeln? Ähm. Leute. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wohin uns die Fackeln führen. Egal. Schwert habe ich. Rüstung habe ich. Das heißt. Eigentlich kann mir jetzt nichts passieren. Ja. Es geht immer tiefer. Wir sind jetzt schon bei minus 20 gleich. Ich höre einen Schienensound. Wird das auch? Ich gehe mal hier nach unten, Leute. Wow. Wieso... Ist hier eine Tür? Ähm. Oh. Ähm. Warte. Hallo. Hallo. Oh. Heilig nicht mehr Menschen gesehen. Ähm. Ähm. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich lebe hier seit vielen Jahren. Okay. Und ist jetzt hochgegangen. Ich folge ihn mal. Wow. Er hat einfach hier... Hä? Er hat einfach hier eine... Okay. Er hat... Nein. Ich bin runtergefallen. Ich fahre mal eine Runde. Er hat hier ein eigenes Meer. Okay. Ich... Okay. Ähm. Kommst du mit wieder oben? Weil ich glaube, du musst mal langsam frische Luft schnappen können. Ähm. Ich kann nicht. Okay. Wieso kannst du nicht? Also, ups. Nein, ich habe meinen Damage-Wert runtergeworfen. Aber ich meine ja, es gibt ja viele schöne Wälder draußen. In der Natur und so. Viele Bäume, die du bestimmt schon lange nicht mehr gesehen hast. Ich habe meinen eigenen Wald. Ähm. Okay. Leute. Das ist mir ein bisschen komisch. Was hat er? Deine eigene Farm? Einen eigenen Wald? Okay. Okay, Leute. Irgendwie ist mir das langsam ein bisschen komisch hier. So hat er eine eigene Farm und einen eigenen Wald. Wieso? Wieso haben wir ihn fragen, ob er irgendwie rauskommen soll? Ich hoffe, ich darf hier bleiben. Hat er überhaupt ein Bett? Hast du ein Bett? Sieht nicht so aus, als ob er ein Bett hat. Junge. Okay. Okay, Leute. Ich würde sagen. Ähm. Wir fragen ihn einfach mal. Irgendwie. Wie wir da. Ich weiß nicht. Als ob der hier ist. Ernsthaft. Ist das da? Aber wie ist es hier so ein Raum? Okay. Hier ist gar nichts. Okay, Leute. Ich. In der nächsten Folge schauen wir einfach mal, was wir machen. Ähm. Ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Sehr komisch hier. Haut rein. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.